Wenn ich reden will, dann tue ich's, ihr bringt mich nicht zu schweigen. Wenn ich schlafen muss, dann zue ich nicht mehr, bringt mich zu verneigen. Denn ich hasse eure Lügen, eure Doppel-Emma-Reihe. Eure sogenannte Zeit ist mir scheiß, scheißegal. Was ist verboten, was ist legal? Was ist entartet, was normal? Was darf ich hören, was darf ich sehen? Ich will nicht fragen, wohin darf ich gehen, wen darf ich hassen? Wen betrügen und wer zensiert die, die nicht belügen? Ist scheißegal, was ist verboten, was ist legal? Was ist entartet, was normal? Was soll ich hören, was darf ich sehen? Wen soll ich fragen, wohin darf ich gehen? Wen darf ich hassen? Wen betrügen und wer zensiert die, die mich belügen?